Um halber drei, endlich einmal Days of Loss eingetroffen, da in der Location, jetzt wo schon alle zusperren. Days of Loss haben heute die Szene zerlegt, glaube ich, die Wiener Szene, gemeinsam mit Holenton. Wie war der Kick? Für uns auf der Bühne auf jeden Fall sauer, sauer genial. Das Publikum war ein bisschen schwer zu motivieren, aber wir haben es trotzdem geschafft. War leihend. Wie war es für dich? Leihwand. Das war wirklich Leihwand. Mit der Zeit sind sie mitgegangen auch. Und wir haben die Halle gefüllt gehabt, wirklich voll. War ja Leihwand. Ich glaube, einfach ist es typisch Wien, oder? Da musst du am Anfang ein bisschen was zeigen oder ein paar Nummern spielen und dann ab der Hälfte gehen sie eh mit. Und dann ging irgendwie was einfach wirklich gut. Super. Ist richtig, in Wien ist es ein bisschen zart, diesbezüglich, ja. Aber dafür habt ihr jetzt da eine adiquate Aftershow-Veranstaltung. Was war der erste Eindruck jetzt da von der Party? Ein bisschen überladen, ja. Nicht so unsere Hütten normalerweise, aber ein schöner Rahmen. Ich muss sagen, es ist sehr leihwand, so Leute zu sehen und so in den Outfits und so. Ja, leihwand. Frag dir eh voll, gibst du. Ja, voll. Ist so. Ich muss sagen, also für mich war es leihwand, allein einmal ein roter Teppich. Ist so immer gut, weil das heißt, da bin ich eingeladen. Und die Leute haben nur auf euch gewohrt, ja. Und die Leute haben nur auf uns gewohrt, also. War leihund und so war auch die Resonanz. Also wir sind da reingekommen und das erste war, endlich sind es da, die Nominierten. Muss man noch dazu sagen, wir hätten ja fast den Amadeus gewonnen. Also wir waren ja Zweiter. Aber nur fast, muss man dazu sagen. Und wie gefällt es euch da so im Schloss Schönbrunn? Sehr schön. Nein, das ist aber nicht der Schloss Schönbrunn, oder? Das ist doch der Palais Ausberg. Du bist der Erste, der das merkt. Also verarschen kannst du immer anderen, weil wir sind da im Palais Ausberg als VIP geladen. Wir wurden auch gut behandelt. Du hast Gräpes bekommen, oder? Und so eine Autoeuvre. Ja, voll. Es ist aber früh genug da, also dass er Autoeuvre und Gräpe bekommen hat und so. Was ist Gräpe? Ich weiß nicht, irgendwas, was nur die reichen Leute bekommen. Auch wenn es mir nicht erlaubt ist, ich sage das trotzdem, wir müssen uns leider von unseren liebsten und besten Schlagzeuger verabschieden mit diesem Gig heute. Es geht sich einfach persönlich und zeitlich nicht mehr aus für ihn, dass er sich Zeit nimmt für uns, die wir auch brauchen. Und ja, das ist natürlich ein Orga-Schritt und dementsprechend war der Gig auch heute sehr wichtig für uns. Sehr emotional. Sehr emotional. Und ja, es war einfach ein Orga-Gig und das letzte Mal mit dem Offen zusammenspielen war schon leiwand. Wer zieht denn nicht weg oder so, der bleibt ja da. Naja, der wird sowieso immer dort bleiben, wo er war, also im Endeffekt wird er immer Kohle machen und es ist ihm scheißegal, ob die Bands... Oder auch nicht. Oder auch nicht. Nein, aber war halt ein Orga-Gig irgendwie so, also rein bandtechnisch war es sehr interessant, den letzten Gig mit unserem besten Schlagzeuger, den wir ehmals gehabt haben, zu machen. Der nächste Mal bestimmt, oder? Naja, der wird noch besser sein, du wirst weinen. Notfalls zahlen wir im 200er für den nächsten Gig. Bist du ja pressbar? Immer. Bestech. Na schau, schau. Ich sag dazu, es ist ein Konzert gewesen mit vielen Emotionen, also wirklich Vollgas. Du bist das gleiche Nummer, oder? Nein, ich war bei der letzten Nummer, habe ich mir gedacht, ja das war es jetzt wirklich dann, ja. Also ich finde es nicht, ich finde es nicht Leihwand, das Ganze, von meiner Seite aus, weil ich kenne ihn schon seit Saturus-Zeiten und so, aber ich weiß selber, warum es so ist, warum es so passiert ist. Die schaußen da jetzt aus, wegen einem Durstwahrer gewesen. Es wird keiner verdurschen, somit, ja, glaube ich, es sitzt sehr schon auf Nadeln, also geht's was trinken und ich sage einmal danke fürs Gespräch und genießt noch euch eine persönliche Aftershow-Party. Mike von Stormringer.at legt für heute das Mikrofon aus der Hand und geht jetzt was trinken. Also, jetzt machen wir's mal. Vielen Dank.